Mama! Mama! Oh, da bist du ja! Ist das ihrs? Ich habe ein Rezept dafür. Ist deine Mutter immer noch nicht da? Sie nimmt von ihre Medizin. Dadurch produziert der Körper neues gesundes Blut. Aber in Amerika gibt es einen Arzt, der kann sie wieder gesund machen. Ich will deine Mitmenschen gehen, okay?! You're making me certain! Was ist Lewis? Ladies and gentlemen. As you can see we have control of the plane. We want this operation of ours to go off without a hitch. If not... Use your imaginations. Ein Wun Zimmer. What the hell? Have you drank blood? It's the only way to stop them. Or they're going to kill everyone in the world. We've lost it. Betoni. She wants to get away from the sun. Let's give her some. This person is in here. You can see us.